Wie lange müssten diese historischen Personen ins Gefängnis? Adolf Hitler 50 Millionen oder so umgebracht Wahrscheinlich so 300 Millionen Jahre Ist richtig, so 300 Millionen Stalin Wenn's nur nach Kills geht, würde er wahrscheinlich mehr haben, so 400 Millionen Ja, so ein bisschen mehr sind 600 Millionen Jeffrey Dahmer Oh, ich glaub, der hat nicht so viele Kills wie die anderen, aber trotzdem gutes Stück 200 Jahre Es sind 225 Jahre Abraham Lincoln Hey, der war doch Präsident, was hat denn der Typ gemacht? 2, 3 Jahre Er müsste 15 Millionen Jahre